Es ist schon lange her, dass wir in unseren Videos den Fokus auf den fernen Osten gelegt haben. Nun wird es aber an der Zeit, dies zu korrigieren. Heute werden wir versuchen, die Geschichte einer einzelnen Person auf eine maximale und epische Art zu erzählen. Im großen Ganzen gab es den chinesischen Kaisertitel ganze 2132 Jahre lang und dessen Ursprünge reichen bis in das Jahr 221 v. Chr. zurück. Jahrhundertelang gab es im fernen Osten keinen vergleichbaren Herrschertitel, welcher so viel Macht und Einfluss auf eine einzelne Person konzentriert hatte. In den nächsten Minuten gehen wir ca. 600 Jahre zurück in die Vergangenheit und begeben uns in das sagenwobene chinesische Kaiserreich der Ming-Dynastie. In diesem Video werden wir das Leben eines echten chinesischen Kaisers für einen Tag nachstellen. Warum war sein Palast der schönste und größte auf der ganzen Welt? Wieso hat genau die Mathematik darüber entschieden, mit welcher seiner Hofdaben er heute schlafen musste? Und warum wollte er und sein Nachfolger die chinesische Mauer weiter und stärker ausbauen? Los geht's! Zu Beginn eine kleine Anmerkung. Die Geschichte, welche wir folgend erzählen werden, handelt um eine Person, welche es wirklich gab. Um das Leben als echter chinesischer Kaiser besser nachvollziehen zu können, stelle ich euch unsere Hauptfigur in diesem Video vor. Kaiser Yongle Tzu Di Taizong Seit ca. 50 Jahren herrschte in China die berühmte Ming-Dynastie, welche heldenhaft und mit großem Aufwand zuvor endlich den mongolischen Joch abwerfen konnte. Nun ist ganz China wieder vereint und so stark wie noch nie. Dieser Kaiser ist der dritte Kaiser dieser Dynastie und einer der berühmtesten Kaiser der chinesischen Geschichte. Aber warum ist er genau das? Genau weil in seiner Regierungszeit die Teile der chinesischen Mauer gebaut wurden, welche bis heute noch erhalten sind. Weiter haben die zukünftigen Kaiser die chinesische Mauer nach den Skizzen von Kaiser Yongle Tzu Di gebaut. Was auch wichtig für uns heute in diesem Video ist, ist, dass Kaiser Yongle Tzu Di die hochberühmte verbotene Stadt gebaut hat. Dies ist eine Palastanlage im Zentrum Pekings und gehört zu den größten Palastanlagen der Welt und ist heute die zweit besuchte Sehenswürdigkeit Chinas nach der chinesischen Mauer. Diese Palastanlage wurde genau von Kaiser Yongle Tzu Di in Peking gebaut und wurde dann zur Reichshauptstadt erklärt. Vor Kaiser Yongle Tzu Di war die Hauptstadt Nanking. Die Sache war nur die, dass die Mongolen 200 Jahre zuvor Peking erobert und komplett verwüstet haben. Damals haben die Mongolen Peking in die Stadt Kanbalik umbenannt. Als der Vater von Kaiser Yongle Tzu Di die Mongolen im Jahre 1368 n. Chr. aus China vertrieben hat, verlegte dieser, um sich von den Mongolen zu distanzieren, die Hauptstadt nach Nanking. Der Widerstand der Chinesen gegen die Mongolen ist eine eigene Geschichte für sich. Doch nun zurück zu unserem dritten Kaiser der Ming-Dynastie, Kaiser Yongle Tzu Di. Es ist nicht schwer zu erraten, dass er die verbotene Stadt in erster Linie als kaiserliche Residenz gebaut hat. Genau das war der Zweck Anfang des 15. Jahrhunderts bis zum Jahre 1912. Diese Palastanlage wurde im Jahre 1987 in das UNESCO-Weltkulturerbe eingetragen. Die verbotene Stadt ist ein Wunder der Architektur und beeindruckt heute noch moderne Ingenieure. 100 Millionen Ziegel, 200 Millionen Fliesen, 1 Million Arbeiter und 15 Jahre Bauzeit. Wahrlich ein großer Aufwand. Während Europa mit Kaminen geheizt wurde und auf jedem Haus ein Schornstein war, konnte einer in der verbotenen Stadt keinen einzigen Schornstein finden. Denn dort wurde das Heizen nach dem System der alten Römer betrieben. Das bedeutet, die warme Luft verlief unter dem Boden, während die Heizkesseln mit ihren Schornsteinen sich außerhalb der verbotenen Stadt befanden. Zusätzlich verlaufen durch die ganze Stadt Wasserleitungen aus Ceramik. Doch moderne Wissenschaftler haben Ausgrabungen belegt, dass es Wasserleitungen in königlichen Residenzen aus Thun in China schon im 5. Jahrhundert vor Christus gegeben hat. Die verbotene Stadt ist ein Paradies für Perfektionisten. Denn mal gab es dort ganze 9.999 Zimmer. Denn die Zahl 9 gilt im alten China als Glückszahl. Es gibt in jedem Gebäude 9 Türen, welche 9 Halterungen haben und weiter hat jedes Gebäude 18 Säulen. Wenn man die verbotene Stadt von Norden nach Süden teilt, dann ist die linke Hälfte exakt symmetrisch zur rechten Hälfte. Weiter wurde die verbotene Stadt genau in der Mitte des damaligen Pekings gebaut. Alle Wände in allen Gebäuden waren sehr gerade und symmetrisch gebaut. Denn die Leidenschaft zum Perfektionismus hängt nicht nur mit dem Symbolismus in China zusammen, sondern auch die Mathematik, welche im alten China als Wissenschaft gilt, welche von den Göttern erfunden wurde. Für den chinesischen Kaiser spielt also die Mathematik und auch die berechneten Planetenbewegungen eine große Rolle. Denn der ganze Tagesablauf des Kaisers beruht auf Mathematik bis in die kleinsten Details. Zum Beispiel auch, was sein Schlafzimmer angeht. So berechnen die Mathematiker des Kaiserlichen Hofpalastes einen Plan, mit welcher Hofdame der Kaiser zu schlafen hat. In 15 Nächten muss der Kaiser die Nacht mit 121 Hofdamen aus seinem Harem verbringen. Die erste Nacht ist immer für die Kaiserin reserviert. Die zweite Nacht für seine drei Haupt-Ehefrauen, die dritte Nacht mit neun außergewöhnlichen Frauen, sowie die weiteren drei Nächte mit 23 adeligen Hofdamen. Die restlichen Nächte verbringt der chinesische Kaiser dann mit Sklavenen. Dies alles geschieht nach dem strengen Rat der Hofastronomen. Denn die Nacht mit der Kaiserin musste der chinesische Kaiser unbedingt in einer Vollmondnacht verbringen. Im alten China glaubt man, dass in der Vollmondnacht die Frau maximal fruchtbar ist und somit es helfen würde, einen gesunden kaiserlichen Nachkommen hervorzubringen. Die Chinesen der kaiserlichen Zeit glauben außerdem, dass alle Länder außerhalb von China primitive Barbaren sind. So wird mit diesen ein Dialog geführt wie mit Untergebenen. Außerdem verfolgte das chinesische Kaiserreich jahrhundertelang eine Politik der Isolation und die restlichen Länder konnten nur davon träumen, eine Audienz mit dem chinesischen Kaiser zu haben. Wenn doch der chinesische Kaiser einen Botschafter empfängt, dann wird dieser zuerst durch die verbotene Stadt geführt, welche zum Teil wie ein Labyrinth aufgebaut ist. Der ausländische Botschafter soll von der epischen und monumentalen Architektur so begeistert sein, dass dieser vor dem chinesischen Kaiser uneingeschränkten Respekt und Ehrfurcht hat. Doch die Kehrseite ist, dass das Leben eines chinesischen Kaisers, welcher auch als ein Gott angesehen wird, aufgrund der zahlreichen Traditionen und Symbolismus zur Hölle werden kann. Denn das Leben als chinesischer Kaiser sieht folgendermaßen aus. Dieser steht um vier Uhr morgens auf, um für die erste Audienz mit seinen zahlreichen Beratern bereit zu sein. Um sechs Uhr früh folgt dann die 13. Tee-Zeremonie mit den eingeladenen Hofgästen. Bis zum Mittag ist unser Kaiser mit Unterschriften von Dokumenten beschäftigt. Denn vom ganzen Land kommt zum chinesischen Imperator tausende Dokumente über Anliegen, Anhörungen und Forderungen. Mit jedem Dokument beschäftigt sich der Kaiser höchstpersönlich. Am Nachmittag bekommt der Kaiser endlich zwei Stunden Pause im kaiserlichen Garten und das doch in der Gesellschaft von irgendeinem Berater. Ja, anders geht es nun mal nicht. Denn keiner außer den chinesischen Kaiser darf diese Regierungsentscheidungen treffen. Drei Uhr nachmittags bis sieben Uhr abends folgen dann noch mehr Dokumente, Unterschriften und kaiserliche Stempel. Um acht Uhr abends kann sich dann unser chinesischer Kaiser kaum noch mehr auf den Beinen halten und kommt gerade noch so in seinem Bett an. Zusätzlich kommen noch über den Tag verteilt religiöse Zeremonien dazu. So herrscht unter unserem Kaiser Zhong Lezudi der Konfuzionismus. Weiter wird in seiner Regierungszeit die erste große chinesische Enzyklopädie verfasst. Diese besteht aus 11.000 Büchern. Nur so zur Info, das ist die größte Enzyklopädie, welche es auf der Welt bis zum Erscheinen der Online-Enzyklopädie Wikipedia gegeben hat. Doch was hat unser chinesischer Kaiser Zhong Lezudi eigentlich gegessen? Nun, anders als ihr erwartet habt, speist er ganz gut bürgerlich und nicht besonders ausschweifend. Der Grund liegt wieder in den alten chinesischen Traditionen. Denn Kaiser Zhong Lezudi muss eine strenge Diät befolgen. Der kaiserliche Tisch im alten China ist reichlich gedeckt, doch dort kommen nur Speisen drauf, welche auch die einfache Bevölkerung isst. Doch ein bisschen ausschweifen geht es ab kaiserlichem Hof doch zu. Alle Essgefäße und Essbesteck sind aus purem Gold. Wenn eine Speise zu unserem Kaiser serviert wird, wird diese mit silbernen Stäbchen erst von einem Vorkoster getestet, nicht, dass es vergiftet ist. Einerseits wird der Vorkoster tot umfallen und andererseits verfärben sich die silbernen Stäbchen bei einer Vergiftung in einem deutlichen Farbton. Des Weiteren hat der kaiserliche Vorkoster auch die Aufgabe zu schauen, ob die Speise auch wirklich schmeckt. Dies geschieht aber sehr selten, denn alle Rezeptoren dieser Zeit sind auf dem allerhöchsten Niveau. Diese Rezeptoren werden außerdem für die nächste Generation archiviert. Das Leben eines chinesischen Kaisers besteht aus einem harten Tagesablauf, strengen Traditionen, täglichen Ritualen, welche den Kaiser zu keinem freien Menschen machen. Doch genau diese Traditionen und Routinen brachten das chinesische Kaiserreich durch seine harten und rauen Zeiten. Das war es heute zum Leben eines chinesischen Kaisers. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, wenn ja, lass bitte ein Abo und Daumen hoch da. Bis bald, dein Kanal History Check.